DW Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 20. August 2020, 9 Uhr in Deutschland. Kreml-Kritiker Nawalny auf Intensivstation. Der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk eingeliefert worden. Dies teilte seine Sprecherin Kira Jarmisch mit. Er sei bewusstlos gewesen und werde nun beatmet. Sie sei sicher, dass Nawalny absichtlich vergiftet worden sei, sagte Jarmisch dem Radiosender Echo Moskvi. Nawalny sei während eines Flugs von Sibirien nach Moskau plötzlich erkrankt. Das Flugzeug sei daraufhin in Omsk zwischengelandet und Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte den Vorfall. Harris und Obama attackieren US-Präsident Trump. Beim Parteitag der US-Demokraten hat Kamala Harris ihre Nominierung zur Vizekandidatin für die Präsidentschaftswahl im November angenommen. In ihrer Nominierungsrede warf Harris Präsident Donald Trump Führungsversagen vor. Dies habe Leben und Existenzen gekostet, sagte Harris. Trump mache aus unseren Tragödien politische Waffen, so die 55-Jährige weiter. Ex-Präsident Barack Obama bezeichnete Trump in seiner Rede als Gefahr für die Demokratie und warb für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Wegen der Corona-Pandemie wird der Parteitag überwiegend virtuell abgehalten. Die USA fordern die Wiederherstellung der UN-Sanktionen gegen Iran. US-Präsident Donald Trump dringt bei den Vereinten Nationen auf eine Wiederherstellung aller früheren Sanktionen gegen den Iran. Er werde Außenminister Mike Pompeo anweisen, die Forderung im UN-Sicherheitsrat vorzubringen, sagte Trump. Das US-Außenministerium erklärte, Pompeo sei am Donnerstag und Freitag in New York, um den UN-Sicherheitsrat zu informieren. Allerdings ist es umstritten, ob die Vereinigten Staaten nach ihrem Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran überhaupt berechtigt sind, die Wiederaufnahme der Strafmaßnahmen zu fordern. 45 Bootsflüchtlinge ertrinken im Mittelmeer Mindestens 45 afrikanische Migranten sind im Mittelmeer ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen auch fünf Kinder sein. Etwa 37 Überlebende wurden von einheimischen Fischern gerettet und bei ihrer Ankunft an Land umgehend festgenommen. Vor der libyschen Küste sei der Motor ihres Schiffes explodiert, berichteten die Geretteten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, und die Internationale Organisation für Migration, IOM, forderten eine Verstärkung der Such- und Rettungskapazitäten, um auf Notrufe reagieren zu können. Militärputsch in Mali international verurteilt Die Entmachtung der Staatsführung durch Teile des Militärs im westafrikanischen Krisenstaat Mali ist international auf harsche Kritik gestoßen. Die EU-Staats- und Regierungschefs zeigten sich nach einem Sondergipfel äußerst besorgt über die Vorgänge, die eine destabilisierende Wirkung auf die gesamte Region haben könnten. Die USA sprachen von Meuterei und forderten ebenso wie die EU die Freilassung der gefangenen Politiker und Regierungsbeamten. Die Afrikanische Union, AU, schloss Mali vorübergehend aus ihrer Organisation aus. Trump ruft zum Boykott von Goodyear-Reifen auf. US-Präsident Donald Trump hat zum Boykott von Reifen des US-Konzerns aufgerufen. Kaufen Sie keine Goodyear-Reifen, twitterte er. Das Unternehmen habe seinen Mitarbeitern das Tragen von Mega-Mützen verboten. Damit meint er die roten Baseball-Caps mit seinem Wahlslogan Make America Great Again. Zuvor hatte es in einem Medienbericht geheißen, Goodyear habe seinen Mitarbeitern bei einer Schulung über politisch korrekte Kleidung untersagt, diese Caps zu tragen. Goodyear-Aktien verloren zunächst mehr als drei Prozent, erholten sich dann aber etwas. Fußball Bayern siegt im Champions-League-Halbfinale über Lyon. Der FC Bayern München hat zum sechsten Mal das Finale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich im Halbfinale des Blitzturniers in Lissabon mit 3 zu 0 gegen den französischen Klub Olympique Lyon durch. Gegner im Endspiel am kommenden Sonntag ist der französische Meister Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Soweit die Meldungen von Donnerstag, dem 20.08.2020.